Musik Also ich habe ein großes Ei gemalt und da kamen halt Männer und haben es aufgeschlagen, um das Küken halt rauszuholen. So ein Reisender geht halt gerade vorbei und guckt sich das alles an und überlegt zu helfen. Also ich habe eine Geschichte gelesen, wo es darin vorkommt, dass die Seemänner an Land gegangen sind und dann da was essen wollten und ja, dann habe ich das halt auch gemalt. They are not only called Sophia, Max or Valeria, but as well Ali, Kamal and Yara. Altogether they reached for their paintbrushes and with a lot of fantasy and many colors, they started a trip into the wonderland, into a world which is exceptionally alien for us, the Arabian one. Für dieses Buch natürlich hat mir inspiriert, dass deutsche Kinder und arabische Kinder, Europa und arabische Welt malen zusammen. Das war das Wichtigste. Zuerst haben wir in Deutschland gemalt, dann bin ich nach Beirut mit meinem arabischen Mann geflogen und haben da drei Wochen lang arabische Schule gesucht. Finally, the instigator found an appropriate competent, the dedicated art teacher Samia Boulat from the International College of Beirut. She is very pleased that the history of her homeland is brought back to her people in such an unusual way by a foreign book project, so that the Lebanese children can rediscover it. They were very excited because it's a new project. It's a story that they've heard about, but not in detail. So since it's a heritage, it's their own culture that they are getting to know about in detail, so this was very good for them. He is probably the best-known figure of the oriental fairy tales, Sinbad the Sailor. More than 80 kids have participated in the exciting project that dealt with him. His stories do still appeal to enthusiastic spectators and listeners, even in the current millennium. The Mottly Storybook, illustrated by the children and turning strange things into familiar ones in a playful way. A very respectable result, from which even grown-up children could still be learning something. And this learning effect does actually occur. Kids from three religions, with Christian, Jewish and Muslim belief. They created together their own version of Sinbad the Sailor. And by doing so, they did learn a lot new things. Also ich finde das ziemlich interessant, weil das halt was anderes ist, als ich normalerweise kenne. Es sind total andere Geschichten, total andere Ideen. Und ja, ich finde das ganz cool. Ich finde das gut, weil es ist halt einfach, es zeigt, dass sich zwei Nationen verbunden haben. Sinbad's Narrations from Thousand and One Nights are published in an appropriate edition. Thousand and One Copies will be published by Der Paritätische Hameln-Vormont. By now it is the third volume of this multilingual book series. At its presentation it was baptized ceremonially. Tiag Bartels, District Administrator of Hameln-Vormont, said it was important for him to be present at this christianing. Ich finde das ist ein schönes Zeichen, zu sagen, also guck, wir kommen zusammen und wir können auch Barrieren überwinden und wir sind interessiert an beiden Seiten. Und das strahlt das aus, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, wenn man sich mit Geschichten beschäftigt und mit Sprache beschäftigt. Und das ist in diesem Buch für mich symbolisiert. There seems to be a symbolic value in different ways. The director of Der Paritätische Hameln-Vormont even sees a connection to the city of Hameln and its ferry of the Pied Piper. Für Hameln ist das auf jeden Fall gut, dass diese Stadt, der auch mal die Kinder entführt worden sind, dass da irgendwas von Kindern gemacht wird, von denen, die noch da sind, also auch von Neuen, die dazugekommen sind. Also man kann das drehen und wenden, wie man will. The freshly printed co-production from Hameln and Beirut is a versatile book. The German translation starts at the front, while the first pages of the Arabian part are at the back. So the text can be read from the right to the left in accordance with the oriental custom. Finally both sides, the German and the Arabian one, meet in the middle. This could be an example, even for the grand politics. Der Paritätische Hameln-Vormont